Es ist unfassbar, aber es gibt einige Bürger in unserem Land, die die Hilfe der Feuerwehr oder des technischen Hilfswerks kategorisch ablehnen. Viele von ihnen kommen aus der Querdenker-Szene und dem rechtsradikalen Milieu. Sie verbreiten ihre Ablehnung gegen Institutionen und unsere Demokratie insgesamt mit Falschmeldungen über durchaus reichweitenstarke Akteure auf Plattformen wie Telegram. Sie nutzen die Krise aus. Dazu recherchieren unsere Kolleginnen und Kollegen vor Ort. In den Katastrophengebieten. In Mainz begrüße ich Erik Beeres vom Südwestrundfunk. Guten Abend. Guten Abend. Wer genau mischt sich da in den Katastrophengebieten unter die Helfer? Wir sehen, dass in der Szene der sogenannten Querdenker wirklich im Moment massivst mobilisiert wird. Wir erinnern uns, die Querdenker, das waren die, die auf den Corona-Demos waren, die inzwischen auch bundesweit Einzelakteure und Gruppen vom Verfassungsschutz beobachtet werden. Wegen der Nähe zu Reichsbürgern und auch Rechtsextremisten. Und hier wird eben massivst in Social-Media-Kanälen beispielsweise zu Spenden aufgerufen, aber auch zu Hilfen vor Ort. Und wir haben ganz konkret jetzt sehen können, in Bad Neuenahr-Ahrweiler, wir haben den Ort eben noch mal in dem Beitrag gesehen, da wurde vor einem Schulgebäude quasi ein Lager aufgeschlagen von einem bekannten Rechtsextremisten, der auch schon wegen Holocaust-Leugnung verurteilt wurde. Und der hat von dort Propaganda-Videos quasi in die Welt gesendet. Und wir sehen auch andere Gruppierungen dort. Es gibt Essensausgaben, man sieht Militärfahrzeuge. Und offensichtlich, so unsere Informationen, haben Querdenkergruppen eine bestehende Hilfsorganisation offensichtlich massivst unterwandert. Also es ist ein Beispiel, wie versucht wird, aus dieser Szene, aus dieser Katastrophe, letztlich Kapital zu schlagen. Ja, und was bezwecken diese Menschen genau? Besteht da eine Gefahr? Naja, es geht, man könnte natürlich erst mal sagen, was spricht gegen jede helfende Hand, die vor Ort ist. Aber man muss doch sehen, dass diese Gruppierungen eben auch eine politische Botschaft mitbringen. Wir sehen Videos, wo dann massivst der Staat angezweifelt wird, wo das Staatsversagen, das Angebliche angeprangert wird. Wir haben ein Video gesehen, wo jemand sich regelrecht freut und sagt, guck mal, hier ist kein THW, hier ist keine Feuerwehr. Wir können eigentlich die BAD-Institutionen auch hinter uns lassen. Jetzt muss man natürlich sagen, die Querdenker-Szene hat natürlich auch ein bisschen Federn gelassen. Durch die Aufhebung vieler Corona-Beschränkungen, da ist an Aktionsfläche viel verloren gegangen. Es ist vielleicht jetzt so ein letztes Aufbäumen. Aber Behörden, mit denen wir gesprochen haben, und auch Experten, nehmen das durchaus ernst. Denn dort, wo sie sich präsentieren, können sie natürlich auch Anschluss an die Mitte der Gesellschaft finden. Und in dem Fall eben bei Menschen, die sehr tief von einer ganz schlimmen Unwetterkatastrophe getroffen wurden. Und in den vergangenen Tagen gab es auch über Social Media gefährliche Falschmeldungen. Was haben Sie dazu herausgefunden? Das ist im Einzelnen nicht immer auf eine Gruppierung oder auf einen Akteur zurückzuführen. Aber hier ganz konkret konnten wir jetzt sehen, in Bad Neuner-Ahrweiler beispielsweise, da hat die Polizei gewarnt vor polizeiähnlichen Fahrzeugen. Da steht dann, wenn man genauer hinguckt, Friedensfahrzeug drauf. Aber aus diesen Fahrzeugen wurden offensichtlich Ansagen, Durchsagen per Lautsprecher gemacht, wonach offizielle Hilfskräfte, Polizeifeuerwehr jetzt ihre Präsenz zurückfahren würden. Also genau das, was sich Querdenker eigentlich wünschen. Ja, und das kann man eigentlich nur als perfide in so einer Situation bezeichnen. Vielen Dank, Erik Beeres nach Mainz.